Elke Heidenreich, am Südpol, denkt man, ist es heiß. Ha, ganz falsch gedacht, nur Schnee und Eis. Am Südpol stehen mit Ernst der Mähne 200.000 Pinguine. Nein, nur die Eltern sind so fein, die Kinder sind ja noch zu klein. Sie sind noch weich und puschelig und pelzig und ganz kuschelig. Doch irgendwann kommt so ein Läuze, am Schluss der Kindheit in die Mäuze. A tanulok németet, és azért szeretem, mert nekem nagyon tetszik ez a nyelv, és szeretnék belőle egy német nyelvvizsgát. És a munka, hát, az gyermekpszichológus szeretnék lenni, mert szeretnék segíteni a gyerekeken. Ez hát solange rég, netti baj, mert roknen áp. Ich hab ein Mälänssack gehabt, ich glaube, ich hab inno. Ich gehe in Rosengarten, rok mir zwei Rösslein áp. Ich wollte doch nicht sagen, schön, schön, schön gut in áp.